Nicht nur die Droiden haben Prophezeiungen. Das ist Hempler, meine Ehefrau. Was hat sie getan? Es geht nicht um das, was sie getan hat, sondern um das, was sie tun wird. Werden wir alle sterben? Der Gedanke ist mir schon gekommen. Dies ist der erste Tag eines neuen Zeitalters. Ich bin aufgeregt, kann es kaum erwarten.